Wenn du das Level 1 Talent beskilled hast Ok Unknown Schlachtfeld der Ewigkeit Wäre natürlich cool Scheiße wir haben First Pick ne Tracer wäre eigentlich auch ganz gut mit Shogal Genji auch, ja We don't do that here We don't do that here Haben wir gegen die gespielt letzte Runde oder was? Ich weiß gar nicht was er meint Ich auch nicht Er redet sehr You like Merkey? Ach die machen jetzt Trollpicks wegen unserem Shogal Anscheinend Ey Und Latte Lasse doch Ich glaube ich muss den Chat auch mal ausmachen Mich Irritiert das zu sehr Ja Ich kann es nur empfehlen Lass die Inquisition beginnen Wir müssen gleich ähm Den Lock & Span Ne Mhm Jetzt nachdem die Die Jetzt die Apogalips Jetzt machen die First Pick so geil Das war's Jawoll Also ich spame schon Ja Ich kann mir nicht vorstellen dass der Shogal so bleibt schon sehr stark schon sehr stark Boah noch ein Hämmer dabei Boah noch ein Hämmer dabei Anna auf Li Ming ist natürlich Allerdings Gold 1 Hämmer Scheiße Malta ill mit Anna Das ist Das ist echt Das ist mies Malta ill recken wir Bis der an uns rangekommen ist Aber nicht wenn er einen boost hat Wenn er einen boost hat nicht Vorher vielleicht ja Ja Und pick Leo weg No Murky Murky wäre echt cool Für das Level 20er Talent Für jeden Kill 2% mehr Schaden Oder sowas Warte mal wieder Ja Getötete Helden erhöhen den Bonus von Ogawut Ja kommst du auf Toilette Ich hör dich Wenn der Hook kommt musst du den dodgen ne Wenn der was kommt? Der Hook Der Hook Ja Alles klar Nö Das her ES 0 Nö 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 10 Ich D So, da bin ich wieder. Den Hook muss ich mit dem Y dodgen. Jetzt sind wir wieder in unserem Stacking Element. Nur Anna und Malta El ist echt übel. Also die Kombo könnten wir auch machen. Wenn der Malta El geboostet ist, dann kann er das Q in 0, irgendwas Sekunden ja durchhämmern. Plus Fähigkeitenstärke, plus mehr Life Soak und alles. Er ist unsterblich dann, da müssen wir aufpassen. Wir flog schon der erste Sleeping da in unsere Richtung. Ich freue mich schon auf Level 4, dann gehts wieder los. Wunderbar. Wunderbar. Power Spiel, ey. Ach, scheiße. . . . . . . Das war schon. Okay. Ist Greyman immer noch ein Bot? Whiteman. Ah Whiteman. Ja stimmt. So wie ich das sehe trifft die Anna echt sehr schlecht. Da war das Capback rum. Very nice. Was? Kann ich probieren lassen oder? Doch habe ich. Ah. Schade. Wir müssen die Hooks dunschen. Das ist die Hauptaufgabe. Ah jetzt sind wir Level 4. Jetzt gehts ab. Das ist die Hauptaufgabe. Das ist die Hauptaufgabe. Ich bin der Hauptaufgabe. Der Hauptaufgabe. sehr schön Wir haben auch richtig viel Damage gefasst. Ja, durch den Kassia. Warum deft eigentlich Greymane, der macht doch am meisten Damage hier. Oh shit. Oh shit. 6 haben wir? 3. 4. Ja. Hm. Hm. Was haben wir geholfen? Was haben wir geholfen? Ja. Krass. Die waren schon alle tot und dann intet er nochmal. Jetzt flamen sie schon. So ein First Time Shogal? Ja, sie sterben und wir sind schuld. Und dann statt dass der Idioten wieder nach unten kommt. Ja, geht doch nach oben. Warte. Nur am Flame. Wir werden kein Damage haben. Nur 1k mehr als Greymane und und und. Nach der Runde mache ich den Chat aus. Ja, hier sind so Zweitbote. Oh man ey. So weit hinten durch die ganze Feederei. Oh nein. Aber wenigstens kriegen wir die Stacks Jetzt da, dieses Rumgefieder immer, ich versteh's eigentlich Scheiße Hey Yolo, da einfach rein Ah, wir kriegen gut Stacks hier Das muss man so sagen Alter, auch noch gefressen, Scheiße Hab ich schon, hab ich schon Ah, wir haben vorher die Quests noch vollgekriegt, ich konnte das noch auslösen Ich hab' mir eh verloren First time, Shogal Boah Wir können gleich pullen Wir haben nicht zu viel Immortal Damage Ähm, Teach Damage Ja, ich hau direkt Ulti raus Was war das? Ach wir wurden zum Sleeping Ah ok, das hat man gut gemacht Hat meine Ulti Interrupted mit Sleeping Ok Läuft gar nix hier Komm wir brauchen Stacks, dann carryen wir das durch Erinner dich an das eine Spiel Da haben wir auch gesagt Das können wir niemals gewinnen Etc Und dann im Late Game noch Stacks geholt Aber jetzt haben wir auch schon Keep weg ne Ja Da sind 3 Level in Greymane sollte mal lieber Damage machen hier Dass wir äh Deffen können Ja, es ist einfach Einfach sinnlos Ja, es ist total sinnlos Was... Ja egal Die sind doch selber nicht einheitlich, oder? Nö Ja, die haben halt schon wieder aufgegeben, ne Klassiker Egal, wir Ballern Stacks hier hoch Ok, dann wird das vorbei Dann 11000% Immortal kommt Der geht ja dann eh nach oben Ja, dann geht er durch die Butter, glaub ich Mach nicht mal mit, ne Nö, nö Die sind jetzt zu dritt unten am Deffen Wir haben sowieso verloren Nichts Die sind jetzt nicht immer Die sind jetzt zache Dinge Vielleicht Wie ist es, man Die sind Das Die sind Kannst du pullen? Ich mach ult Nein, gefressen! Die sind so low! Ja, schön die Stacks Das kriegen wir glaube ich noch gedefft Ja, wir haben auch sonst keinen Damage, oder was? Nur wir! Und Grae, meinet ihr auch, klar Das war ein Dreck Das war alle gebrochen Also mal ohne Witz, die haben doch gar nicht mitgespielt Die haben schon im Draft aufgegeben, das war denen nachher egal Warum flamen die mich mit dem Damage? So schlecht war der Damage jetzt auch nicht Wir waren 4 Level hinten, Level 12 gegen Level 16 Das ist ja Ja Das ist ja Das ist ja Das ist ja